so was machen wir round time machen wir ja drei minuten das wort no characters reveal after punch das ist kacke oder ja wieder die fantastischen farben ich bin 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 ich hab mich immer noch nicht gefunden sammeln schon fleißig was du das ja klar warst du das wer denn sonst digga ich sehe nicht wo ich bin jetzt wo bist du du fetter wohnen sohn mich die ganze zeit nicht gefunden mich wie bist du denn gestorben wenn das nicht stehe war so hat er neben mir den 40 genommen Oh, neue Figuren. Hm. Oh, das stimmt. Das lag, glaube ich, hier manchmal. Mit der Map, die ganze Lichtgeschwindigkeit. Scheiße. Oh, das lag so ein bisschen. Nein. Ja, weg. Ich wusste, dass du los bist. Ach, hier gibt's auch ein Distract, ne? Vergiss das nicht. Vergiss das nicht. Vergiss das nicht. Oh. Oh, das stimmt. Oh. 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 Ich werde einfach wegzudeportiert. Ah, ich wollte gerade zuschlagen. Läuft irgendwie nicht. Irgendwie ist das ganz easy gegen euch. Hat jemand gutes Timing? Hat sich da komisch gesagt getötet? Nein. Irgendwie so ein Vieh. Aber das hat sich schon geschlagen. Aber dann war die Animation irgendwie... Nein, ich hab dich getötet, Michi Junge. Nicht irgendein Vieh. Ja, sag ich doch, irgendein Vieh hat mich getötet. Ach, Menno. Ich hab hier aus der Radius. Das du wusst? Woher? Du bist der einzige, der die Roboter die ganze Zeit schlägt. Ja, was? Du bist der einzige, der die Roboter die ganze Zeit schlägt. Ja und? Das kann doch trotzdem was... Ja. Ja. Du bist direkt auf die immer zurückgerannt. Ja. Nicht doch, ey. Ja, ich war sehr, sehr aufsichtlich. Oh, das hört sich. Ich seh mich noch nicht. Das ist jetzt verschissier. Ist jetzt verschissier. Ich bin jetzt auf der Radiusz. nein ich hab zuerst gesucht das ist ja so ein so ein bisschen ich sehe nicht mal deine leiche wo ist die dann bitte wirst du wohl gerne wo ist denn michis leiche oben alter da kommt der auf mich zugelangt und dann ist das spiel verpackt oder so connectet der hit nicht und dann ja kommt halt sowas oh wer hat er geschlagen das würde ich auch gern wissen die person oder stand wer schlägt zuerst weißt du wie das licht aus oder das ist echt jetzt willst du mich verarscht ich hab dich doch getroffen du hast doch geschlagen zuerst wie recht habe ich schon eine millisekunde habe ich weggeraten ja ich sag ich doch verpackt ja alles alles gern ganz ganz meine worte keine ahnung kinder suchen äh Hey. Hey. Hast du dich verarschen können? Hä? Ich war genau auf deine Fresse. Hä? Wie du warst auf meine Fresse? Na ja und? Du hast aber nicht zugeschlagen, oder? Ich schlag doch. Genau vor dir. Woher wusstest du jetzt schon wieder, dass ich das bin? Du bist der Vorstander, der der zuerst benutzt hat. Du hast ein Ding bekommen. Ja, aber ich stand die ganze Zeit da. Ja, aber du hast ein Ding bekommen und kein anderer hat das Geräuschgerät gemacht. Das macht aber jeder. Das Laufst du für eine Scheiße, das verstehe ich nicht. Ja, aber ich seh doch, wenn du nimmst was. Du willst mir erzählen, du guckst gleichzeitig nach unten. Ja. Du hast 10 Augen, Chameleons. Ja. 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 Ich hab mich vorhin verklickt, ne? Ich hab aus diesen Y gedrückt und mich wegen dieser Ablenkung. Wo warst du denn eigentlich? Du warst da oben? Okay, gut. Ich wollte mich jetzt den letzten Kollegen da holen. Ich dachte, du wartest schon einen. Ne, einer hat mir noch gefehlt. Okay. Hä? Ne, bei dir stand doch, lief das cool? Ja, weil ich den Gast zum Ende, wo du kurz bevor du rausgelaufen bist, ein bisschen eingesammelt hab. Ach so, echt? Ja. Na gut, Anlag hier. Ja. Ja. Ey, das kann nicht sein! Wie? Gerade wo ich mein Kollege erst gefunden habe. Das ist ne Flächheit. Wie? Wie hast du den jetzt aufgeteckt? Ich hab' die Möglichkeit, das ist… komische Dachmisch installiert. Aber das ist eigentlich schon die ganze Zeit wer wer ist. Wer tut nur so. Wer mal gegen die Wand läuft? Ja, das machen die NPCs auch. Ne, du machst die gar nicht. Du bist random gegangen. Ja, ich weiß, aber die NPCs machen das auch manchmal. Ich wär dafür ein NPC gewesen. Doch. Das ist mir wirklich ein Affe. jetzt muss ich die holen stelle vorher verschwindet führbar so ist nicht mal wo ich bin der ganze ab jetzt und 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 HALTER! Ja, endlich! Aber du hast glaube ich trotzdem gewonnen. Nein, ich kriege noch Punkte. Hattest du nicht 8? Ja. Und du hast mich gekillt. Ja, jetzt hat er 9. Von statt 10. So, 10 brauchen wir. Ich dachte man braucht 9. Okay, dann habe ich ja noch eine Chance. Ja, das ist eine Theorie. Nein! Alter! Wurde sogar vom Bot gekillt. Oh, ist vom Bot. Oh, Aufschluss. Ich will nicht, dass er an mich reinkommt. Ach, wieso rennen die komischen Viecher immer so auf mich? Wirkliche Angst. Angstzustände. Oh Michi. Du sollst schlagen, wenn er nach 3, 2, 1. Ich habe mich doch eh schon verlaten. Da bin ich doch kein Vollidioto Schlag einfach. Da mache ich nicht mal den hier. Oh, du bist... Oh ne, Alter. Oh nein. Du hast ihn jetzt wirklich nicht getroffen. Ich hätte extra eine Chance gelassen. Oh ne. Das Spiel ist heute nicht an meiner Seite. Ja, ja. Noch ne Runde? Ja, let's go. Ja, von mir aus. Du musst ja auch noch einen Punkt machen. Ja, Timo. Ich bin doch... Ich bin doch... Ich bin doch... Ich beschreibe es. Ich bin doch... Ich bin doch... Ich bin doch so fett. What the fuck? Ich bin stolzer letzter. Irgendwas ändern? Ne, oder? Ne. Ne, 3 Minuten. Und... Ja, lass mal hier. 15. Und dann... Das er auch eine Chance hat, ne? Ja, 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 ja. Oh, was ist das auch zum Fang, ne? Ja. Nein, das kann nicht sein, der Sohn fährt! War das ein Bot? Ja, das ist ein Bot. Ja, das ist ein Bot. Ich hab's nur an, Herr Kee. Ach, Rücksack. Wieso auf mich? Das war irgendwie... Das war irgendwie sus. Du bist erst zu einem hingegangen, dann zum zweiten, dann zum dritten. Die rennen auch zu allen anderen. Ja, aber die rennen random rum und schlagen dann. Keine Ahnung. Die schlagen, wenn einer vor dir ist. Theo, ich cheater dich im Gegensatz zu dir. Also alles gut. Ja, ja, ja. Ups, dann snack mal ein bisschen. ja warum leckt das denn schon wieder mit dir ich dachte ich dachte der ist rechts neben mir und nicht unter mir ja so richtig so du kannst da weiter am boden bleiben so gehört sich das pass auf ich jetzt steht jetzt wieder Oh, wie gut. Ich hab das mit dem Tanzen komplett vergessen, Dirk. Ich hab's gesehen, wie beide die Zunge stürmen. Oh, oh, jetzt hat sich da schon wieder einer verraten. Ganz, ganz spät losgelaufen. Ja. Was hast du angezeigt? Oh, 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 oh. Ach, ja. Oh, scheiße. Ja, Drecksack. Wieso hast du den geschlagen? Hast du jetzt echt gedacht, du bist der oder was? Ich hab mich bewusst, dass du dich verwirrt, oder was ich verwendet. Ja? Bei der Dings Leckzimmer. Oh, ja. Factory, nice. Was ist das? Das war einfach auf die roten Dinge achten. Ah, ja. Das ist ja unglaublich hier. Das ist eine Frischheit. Was ist hier passiert schon wieder? Das ist gar nicht geil. Ihr habt euch beide verraten. Weil ihr seid sofort nicht langsam weggelaufen von dem Rundlicht, sondern sofort losgelaufen, als ihr das Rundlicht gesehen habt. Ich hab's auch gesehen. Und ich hab halt... Und das Ding ist bei mir... Theo hat ja, glaub ich, nur zugeschlagen wegen Michi. Ich hab zugeschlagen, weil der letzte losgelaufen ist. Ah ja, okay. Gut, dann war's so, ja. Also wir haben uns gegenseitig alle verraten, ja. Hätte ich mich anders hingestellt, hätte ich mich beide gekriegt. Was muss man denn essen überhaupt? Alles. Ich seh nicht mehr, was wir essen müssen. Es ist unverschämt! Alter! Alter, ob da neben mir steht! Die hast du jetzt daneben geschlagen? Michi? Michi? Ja, Michi. Ja, weil wieder alles verpackt ist hier. Du weißt doch... Ah ja, alles klar. Und woher wusstest du, dass ich das bin? Mein Gott, ne halbe Stunde bin ich dem Typen hinterher gelaufen. Ich wollte dich auch grad schlagen, weil du nicht gegessen hast. Ja, aber woher wusstest du, dass ich das bin? Du hast gegessen? Ich wusste, wer Theo ist. Aber Bots essen doch auch? Hä? Ja, aber ich seh, wann du genau gegessen hast. Ja... Alter, ganz ehrlich, das müssen wir ausstellen. Das ist voll die Behinderung der Kacke, ey. Ich achte da nie drauf. Das heißt, du willst mir erzählen, du guckst nach unten, ob dein Icon erscheint und dann guckst du durch 20 verschiedene Bots, wer grad gegessen hat. Alles klar. Ja, was willst du denn ausstellen? Dass man sieht, wer was gegessen hat, oder was? Ja, das kann man beim Expertenmodus ausstellen. Ja, du! Das ist unverschämt! Ja! Und weg hier! Ich bin dir so lange hinterher gelaufen. Was willst du denn? Nein! Ich war erster! Das ist unverschämt! Wir fehlen die Worte! Mann! Ich wusste nicht mal, dass du das bist, bevor du einfach so sinnlos auf mich zugelaufen bist. Ich wollte einen TP nehmen. Ja, ich weiß, deswegen bin ich auch gesandt und nicht noch zu bekommen. Durch die Logik, Alter. Ja, weil wenn ich nicht gesandt wäre ich zu spät gekommen, weißt du? Dann wärst du verschwunden. Nee, du hättest kurz bevor ich beim TP war, hättest du loslaufen müssen. Aber nicht so früher. Ja, aber dann bekommst du das blaue Feld und dann bin ich auch weg. Weißt du was ich meine? Oh! 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 Ja, noch auffälliger geht's nicht, ne? Ja, noch einer! Du hast nicht geschlagen! Alter, was? Ich hab geschlagen! Ich knück den Scheiß-Taste! Michi, Michi, Michi! Drei, zwei, eins und du hast nicht geschlagen und ich hab's gesehen! Ja, weil ich dich töten wollte! Ja! Aber bei dir hab ich... Ich hab nichts! Hä? Ich knück den Scheiß-Knopf, aber er will einfach nicht! Das geht nicht, er geht sonst noch kaputt? Ja, ganz bestimmt! Mach ihn kaputt! Ich glaub, ist das denn auf der Maus? Irgendwie Delay oder so, keine Ahnung! Input-Lag! Das nennt sich, äh... Das... Oh! Ich versteh nichts! Woher hast du das jetzt gewusst? Du bist komisch gelaufen! Bist du dumm? Was heißt komisch gelaufen? Hahaha! Also... 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 Also ich versteh noch andere... Ob es aktiv... Im Hintergrund... Aber deine Scheiße, der Junge... Komisch gelaufen! Ich bin komisch gelaufen! Bist du... Bist du dumm? Bist du dumm? Ich bin einfach normal gelaufen! Was hat das jetzt mit komisch zu tun? Hahaha! Wir haben uns vom Bot gekillt! Ja, Michi wurde vom Bot gekillt! Ne! Da fehlen mir die Worte! Also die Bots! Also wirklich! Digga! Jeder Bot läuft am Anfang manchmal auch schnell los! Und vorne von hinten! Warum... Oh man ey! Das ist ja wirklich unglaublich hier! Oh man ey! Das ist ja wirklich unglaublich hier! Oh, das ist eigentlich nicht mein Tag! Das ist ja wirklich schön! Ha doin... Also wollen nun noch 쿠 burden... Oh man... What you do... tego knuck! Eine andere andere Dinge! Das ist ja wirklich kein Problem! das ist ja wirklichbar! Es geht so schnell! Zu weinen? Oh gut... Birx ein kleinesaciones... woher woher hast du das jetzt schon wieder gewusst ganz ehrlich was siehst du denn bitte alles bist du eine spinne oder was als alter mit 20 augen Verdient der Minuskump da. Ja, plus minus 0. Wo ist supermarkt? Scheiß supermarkt. Wo ist ein Baguette? Das ist kein Baguette, oder? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nicht mal, wo Bananen sind. Ah doch, jetzt hab ich's. Wo sind die Bananen? Ach, Nevermind. Hast du doch nicht gefunden, Luis. Ich hab Bananen gefunden. Jetzt weiß ich nicht, wo das Baguette ist. Das ist... Junge, hätten die nicht mal gleiche Farben nehmen können? Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, du hast Püllchen voll schön hergestellt. Das Baguette sieht aus wie ne scheiß Wurst. Ja! Dich fick ich noch nächste Runde. Ach, fuck, Mann. Fast. Fast. Was war davon jetzt das Baguette? Sag mal bitte. Da oben rechts. Da scheiß es aus wie ne Wurst. Da sieht aus wie ne Wurst. Ganz oben an der Wand steht so Baguette. An der Wand gibt's auch Lebensmittel? Ne, ganz oben an der Wand war ein Schild mit Baguette. Keine Ahnung. Warum sind die Farben nicht einfach richtig, Mann? Seh ich nicht. Also zweifach. Das Bananen hat irgendwie komplett andere Farbe. Hä, ich hab mich nicht mal gefunden. Ich dachte, ich wär's, aber dann weiß ich's doch nicht. Wo war ich überhaupt? Ach, da hab ich nicht. Hä, ich hab mich irgendwie nicht bewegt. Wo hat Theo schon wieder gewusst, dass du das bist? Ich hab mich komisch bewegt wahrscheinlich. Ah, ja, ja, ja. Alles klar. Unverschämt. Du, 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 du. Scheiße. Hä? Der eine Robert ist ganz anders bewegt. Ja. Was für eine Scheiße da da war, Alter. Eigentlich sollten sich alle gleich bewegen. Ja, das ist ja cool. Da hat der Cheat die falsche Person aufgedeckt. Ja, ja. Das, glaub ich, so mal zu fixen. Nicht wahr hab ich links und rechts verwechselt. Okay. Hey. 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 Okay, hey. Wo ist sowas da? Das hat ja grad so einen Sinn. Ja, du warst das. Ich bin grad gekommen, um Theo zu hauen. Ich hab eins daneben gehauen. Hä? Nee, ich war da nicht in der Nähe. Wo du gehauen hast. Nee, hab ich auch falsch geschockt. Ich stand beim Staunen. Ich stand beim Steinzaunen. Du standst in einem drinnen. Da hab ich den anderen auch. Nein, ich bin durch zwei durchgerannt. Dann hab ich dich... Ja, okay, deswegen wahrscheinlich... Das ist unfassbar. Das ist sowas von Cheats. Das sag ich dir aber sowas von. Also, ich hab mich überhaupt nicht komisch. Du hast es komisch bewegt. Sowas von nicht komisch bewegt. Ja. Hast du mich betötet, oder? Oder? Der da oben bewegt dich komisch. Der da oben bewegt dich komisch. Ich glaube, den kann man auch verkauen. Der da hier. Ach, mach grad den Räder umhauen. Das ist ja super lustig. Ach, du bist das. Ach, du bist das. Bisschen daneben, ne? Na, Bisse. Ey. Das hat sich komisch bewegt. Was hab ich denn getan? Ich hab nichts getan. Ich bin einfach nur ein bisschen gesandt. Wie jeder andere auch. So. Renn mal schön. Renn mal schön so weit. Ja, unglaublich. Oh, siehst du schon. Ja. Oh, was war das jetzt? Wie? Da steht gar nichts. Ich auch nicht. Oh, es legt dir. Oh, Mann ey. Nee. Haha. Was soll ich sagen? Du hast dich halt komisch bewegt. Ja, ja. Na, das ist klar. Bei Discord kostet Chief von Tevo ausgesucht. Ja. Ich muss nicht sagen. Ja. Komm, ich werde schon wissen. Ja. Ja. Hat jemand geschlagen? Ja. Nein, was? Das war der. Ich hatte das zu über mir gewesen. Scheiße. Ich war verdeckt. Ich war verdeckt. Auf geheime Mission. Das ist sowas von Cheats am Werk. Haha. Ja, nicht sein. Du musst halt Adelaugen haben. Ach, schwierig. Ich hasse die Map. Ja, ich finde die auch ein bisschen nerviert. Ja, ich finde die auch ein bisschen nerviert. Ja, also ich habe mich jetzt gebunden. Nice. Nicht jetzt erst? Ja. Ja. Und ich bin schon wieder am Arsch. Komm. Mann. Ein daneben, Mann. Ein daneben. Wir sind nur eingegangen gestohlen durch Rakete oder was? Ja. Was kann man dazu sagen? Muss schon darauf achten, wohin du lebst. Also ich war sowas von nicht in dem Feld. Aber komm. Das hat hier... Supermarket. Oh, nee, nee, nee. Das ist da oben. Bucketfield. Hä? Ja, sage ich noch, an der Theke ist was. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja, überall ist hier was. Ja, wie gesagt, wusste ich nicht. Ich dachte nur, diese vier Dinger sind was. Nö. Wo ist denn die anderen los? Ja. Hm, Theos. Ananas hat doch immer ne gleiche Farbe, ja? Jeder Scheiß ne fucking andere Farbe hat. Was ist das? Orange. Wette, ich finde das schon wieder nicht. Wette, das letzte finde ich jetzt wieder nicht. Nee. Was ist das, was da los? Nee, ich brauche gar nicht Orange. Ich brauche Apfel. Soll ein Apfel wird das schon wieder sein? Ich krieg's kurz. Oh, ich hab den geschlagen, scheiße. Ja. Fetter Bastard. Nice. Haha. Mich hat halt so'n kleines Hohnkind aufgehalten. So'n kleines blaues Hohnkind. Ja, ich war bei Baguette und Baguette wurde ich auch gesammelt. Das dachte ich, ist hier vorbei. Warte ich doch. Ich hab das. ', ich hab das. Um, um, zu sehen, müssten wir jetzt nicht mehrmals. Ja. Das war nicht vorbei. Ich hab die Handmacht. Wie war dieses Schuss? Alter, woher? Ich verstehe es nicht. Wie ein Paranoia schiebt. Ja, rinne mal nach links, rechts, links, rechts. Schau mich an. Komm du durch zu mir, ich warte auf dich. Tu es das? Ja. Ja, ich hab ja rumlaufen. Das war wirklich... Was gibt ja abzunehmen. Ja. Na ja, Grisha wurde so frisch und hart erdapt. Was hab ich gemacht? Erzähl mal. Du hast Teleport genommen, das sind zwei Teleport gewesen und du bist komisch gelaufen. Ich bin komisch gelaufen. Halt dein Maul, Alter. Ganz ehrlich. Herr Grisha, du bist halt komisch gelaufen, keine Ahnung. Scheiß Alien-Augen, ey. Das ist unverschämt. Du hast es gar nicht vom Bot gekriegt. Du hast es gar nicht vom Bot gekriegt. Ehrlich. Ehrlich. Immer wenn ich zufällig an dir vorbei laufe, ah ok. Jetzt hab ich Lust. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Grisha, ich glaub, du läufst wieder komisch. Hm. Bleib aber stehen. Ja. Und dann, äh, du bleibst aber komisch stehen, ne? Ok. Ach der da, ne? Ah, ich hab den. Ich hab den geschlagen. Ich hab den geschlagen. Aber der so, ne? Hab ich auch gedacht, dass es der ist. Oh, mach ich. Schließlich ist die Kombo. Ja. Ist der? Nein. Der? Nein. Na? Oh, der ist. Der ist. Der ist so ein Hurensohn, ey. Ganz ehrlich. Warum willst du auf mich zugelaufen, hä? Ich bin die beiden zugelaufen. Ja. Ich hab gewartet, bis ihr verschlägt. Das ist eine knappe Sache hier, ne? Ich muss dir einen Gewinnschatz geben, wenn ich schon hecke. Ok. Oh, krass. Äh, ja. Hier kann ich ja noch komisch laufen, ne? Oh, der ist komisch. Oh, schon. Nein! Ja. Ey, ich will nicht mehr, ey. Ganz ehrlich. Fick dich doch. Keiner Wurensohn, ey. Ich hätt dich leider länger verfolgen sollen. Wie sie sich nicht mehr trauen, die kurz zu machen. Ey, wie nicht trauen, ey. Ich schlag dich doch. Was heißt nicht trauen? Ja, wenn ich zeige, wo ich bin, ja. Ja, jetzt fängst du mit so einem Scheiß an, ja. Laber doch keinen Mist, ey. Ich hab einen gefunden. Oder wenn ich gleich wieder tot bin. Ne, du hast gar keinen gefunden. Ich hab mich aber auch noch nicht gefunden. Hä? Was war das? Ach, schau. Boah, nee, ey. Und da ist der hinter mir, ey. Hätt ich schon die ganze Zeit gesehen. Ich hab dich verfolgt. Sehr gut. Das hab ich mit Teo auch gemacht. Okay, ich glaub ich muss jetzt einfach nichts mehr machen. Ich riech auf euch mal wieder. Ich mach einfach nichts mehr Wasser, bis ihr ein bisschen fußt. Bis wir uns komisch bewegen, ja? Genau. Ja. Spaceship kommt schon. Ach so. Ah, Super Mario schon wieder, ey. Ich bin jemand. Ich glaube, ey, ganz ehrlich. Die... Was brauchen wir? Du soll Broccoli schon wieder sein? Ah, ja, okay, da. Ja. Ist doch nicht genau. Nein! Ich hab da nie gehört, nein! Was ist... Nein! Es kann nicht sein, es ist... Es ist... Ich weiß... Ich weiß ja auch nicht. Warum ich nicht? Nicht aggressiv. Versteh mich. Was brauche ich eigentlich? Was brauche ich eigentlich? No wrong? No wrong so, oder nicht? Ich schalte ihn zum Ausgang. Ja. Da kann ich nicht mehr gut kommen. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Ah, ich hab doch geschlafen gerade. Das ist doch lächerlich. Oh, bist du das am eigenen? Ja. Kleiner Wichser. Das ist lächerlich. Du hast gewinnt, weil du das Spiel dich favorisiert als Russ. Mhm. Genau das. Ihr habt beide als Achievements, dass ihr mir in die Fresse gehauen habt, ne? Ja, reicht schon nicht. Ja. Mit viel zu.